Heyo, liebe Leute und willkommen zu Kostüm-Quest mit dem Addon oder THC Grubbins on Ice. Ich habe bloß mal kurz reingeschaut ins Game für eine Testaufnahme und weiß echt nicht großartig, was da vor sich geht. Irgendwie müssen wir am Anfang essen, süß oder saures, also Halloween feiern, süß oder saures an jeder Tür schreien, Süßigkeiten dafür bekommen, dass man unartig war und dann passiert irgendwas, was ich gar nicht ganz so verstehe. Aber wir schauen mal rein. Ist von 2011, ist schon ein etwas älteres Game. Wenn wir das durch haben, werden wir vielleicht auch gleich den zweiten Teil hinten dran hängen, denke ich mal. Wir schauen mal. Aber es wird hoffentlich bestimmt sehr, sehr cool. Start New Game, Custom Quest Slut 1. Ja, wir werden das andere überschreiben. Perfekt. Jetzt sind wir auch schon im Game. Kids, I know it's not being... Oh, Karl, das kann ich nicht lesen. What the fuck? Oh, Karl, das kann ich nicht lesen. Ja, natürlich. In diesem Text hat natürlich stundenlang... Groß, groß. Es geht extrem schnell, der Text. Es ist heftig. So, ich glaube, wir können jetzt bestimmt dann aussuchen, wen wir haben wollen. Wir wählen dich, kleiner Mann. Okay. Oh, wir sind ein kleiner R2-D2-Verschnitt. Oh, ist das süß. Kuckuckuckuckuckuck. Das ist Halloween-Gesetz. Aber... So, jetzt sind wir auch schon in-game. Mal gucken hier. Wir können mit Fighters laufen oder mit WSD. Oh, was liegt da hinten? Kann man irgendwie die Kamera drehen? Vielleicht? Oder Maus nicht? Q-R-E-E-E... Okay, es gilt anscheinend nicht, dass man die Kamera drehen kann. Ne, ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir mal zum ersten Haus. Süß oder saures? Maus, es ist Halloween. Der Typ ist ein bisschen komisch. Ein bisschen tolle komisch. Okay. Und weiter. Let's go. Let's go. Zu dieses Haus. Ich kann mich mal hier umgucken kurz. Wo war das jetzt, Alter? Du, was ist jetzt aber den hier? Gut, dann ist was. Guck mal, bestimmt nachher noch hin. Guck mal mal hier. Wer oder wohnt denn da? Ich hab ein gutes Gefühl bei diesem Haus. Du nicht. Hey, wo bist du? Ich hab so ne Angst. Oh Mann, du bist voll uncool. Geh jetzt alleine. Noob. Ja, Alter, siehst du was auch? Was bist denn du für ein Frosch? Oh Mann, ich bin keine Sichigkeit. Ich bin kein Handy. Ich heiß gar nicht Sandy. Ich bin die Beate. Wir müssen die Beate retten. Da liegt noch was. Oh, da komm ich nicht hin, Mann. Warum? Ich will mich eigentlich erst mal umgucken, bevor wir hier... Boah, du Mumien Gang. Die Mumiens. Du Mumis. Oh mein Gott. Kann ja nicht viel machen, aber da war doch weh. Was ist denn? What the... Okay. Le sagt er. Ok Also ein bisschen LOL Schmeiße die da drüber Alter Was bist du für ein Kunde? Ein Grafikstil lehrt mich ein bisschen an an Legend of Zelda Wind Waker Das war glaube ich derselbe Grafikstil Komm her Ich schlag dich so zusammen Ich schlag dich so zusammen Und hier ist nicht mein Halloween Jetzt wird Acro Verwandelt sich Zu C3PO LOL Wir sind ja Transformers What the fuck Ja 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 natürlich Ähm End of the battle Basic attack Ok Also also Shift Ok Press Q Na Na ok Also zack Ach Space Das muss er lesen Ist ja Dreck Ok Ok Das ist Richtig 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 Schwer Fürs Q Alter Hohoho Ist ja geil Ey das Game ist immer richtig cool Wir sind vor Kack der Optimus Prime Ich bin die Kaiser Du bist so klein Du kleiner Lumpen Sack Du schaffst mich Schlapp Ich hab kein End Ist natürlich nicht die Original Äh Version Das ist unsere coole Version Alter ich will fliegen Äh Hä Jetzt haben wir kein Kostüm mehr Du Sonne Was geht denn hier ab Alter Wir müssen bestimmt unsere Schwester retten Das ist bestimmt Hauptziel Numero Una Numero Una Und heule nicht Guck mal Ne Katze Die aussieht wie diese Zauberin Das ist 100% die Zauberin Wir haben die ganze Zeit mehr Video Mehr Katzdienste als Spiele Whatcha gonna say Kitty Hey Kitty Caddy Eine Map Bauplan Muss die Material einfinden Okay Die Katze ist weg Die Katze ist bestimmt diese Dosella Priscilla Katze Kitty Kitty Quest Robot 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 Repair Was Robot Robot Repair Ähm Bei uns Willkommen zu Zupus Go after Renn Ah Wurtsch passen Kommt hier irgendwie was Ah ich hab hier eine Maus kann ich nehmen Heiliger Wunder Gottes Status Okay Unsere Quest Complete Quest Bisschen was muss man machen Ah man bekommt also mehrere Das ist natürlich Cool Wir brauchen das Plus das Plus das Gleich das Okay Ich hab keine Ahnung Kendi Co Kendi Co Sammeln Kann ich noch was Rücken machen Nein Gut dann sammeln wir mal das hier ein Das ist noch dringend aus Sonne Müsste irgendwo ja unsere Materialien sein Oh Gott Wer alles anklicken kann Ach du Kacke Wir haben wir nie fertig Wir haben wir nie fertig Wir haben wir nie fertig Zeig 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 Verlag das ist die Voll die Hooligans Voll die Halloween Hooligans Tresher Open Was ist da drin Eine Kiste Hidden Coffees Cardboard Box Aha Okay Okay Das ist ja ein Teil von unserem Roboter Oder wie Jo Spoiler Karton Sehr gut Sehr gut Jetzt müssen wir hier oben Gehen wir mal weiter Sehen wir so Kommt das auch in die Truhe Da kriegen wir doch bestimmt unser nächstes Teil Na Was ist noch hier drinne Material Aluminium Folie Okay Okay Na dann mal weiter gucken Zack 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 Alles kaputt schlagen Alles kaputt schlagen Kaputt schlagen Kaputt schlagen Was bilden eigentlich die Candys Kann ich mir damit vielleicht irgendwas kaufen Bei so kleinen Kindern oder was Material gegen Süßigkeiten Könnte ich mir gut vorstellen Oh was geht denn mal heute ab Roller Skateschuhe Okay Lol Lol Woaa Oh krass Oh die Stauung Oh die Stauung Oh die Stauung ist unter alles Oh die Stauung ist unter alles Den Rollschuh Geht's hinten weiter Oh da ist noch Was denn Kann ich auch Laub kaputt machen Echt jetzt Ist das so ein fucking ernst Verlaub kaputt machen kann Oh Oh Bestimmt wieder zurück Weil hier ist ja nichts weiter Hooligans Oh Gott der auch schon wieder Komm jetzt wieder im Fight Was für ein Typ Alter Was für ein Typ Hm Springen wir mit unseren Rollerblades Rollerblades Klappt hervorragend Rollschuhe des Todes Oh alter Rollschuhe des Todes Komm jetzt zu Wir machen mal die Kisten von hier aus auf Oh Gott Die Steuerung ist Wahnsinn Jo Warte klappt Quest complete You got it 300xp So Oh Und der Platz ist sie Die hat aber eine Leise Mhm Straße geschlossen Wege mal einem Verkehr Dass du hinterfalle So Wir machen was Alles noch kaputt Wir wollen ja Monetas Also Candy Candy Quasch Candy Quasch Fertig Wieso kann ich jetzt alles kaputt machen Und vorher ging es nicht Warum Zack Was haben wir hier Die Einschüsse Hier ist nix Nitrant Natürlich Ist ein Nitrant Eine Süßigkeit Ich sehe nur Sehr Sehr Wenig Jetzt muss ich bestimmt hier bei den Kleinen vorbei Die Mumien und die sagen bestimmt Hey du musst die Wegzahl zahlen Ja was geht nicht ab Pass auf Ein bisschen gut Stop back Blablabla Okay Also wir können erst dann durch Wenn wir in Bandagen gehüllt sind Aber was ist dann unsere Mission Was müssen wir dann tun Was müssen wir dann tun Wo müssen wir dann hin Wir müssen doch hier hin Wir müssen doch hier irgendwas tun können Vielleicht sein dass wir einfach bloß jetzt Dass wir hier nicht weiter kommen Weil ja alles zu ist Weil wir können ja auch nicht einfach hier rüber wir können Wir können nach also das